Willkommen zurück zum Daily Ranking, da hat gerade meine Festplatte ein bisschen gehackt und ich bin nicht losgefahren, ist ungünstig. Wir sind zurück, wir sind wieder mit dem Breakout, weil S-Port bringt ja kein Glück. Der Breakout anscheinend auch nicht, wir gehen direkt mal ohne Rhythmus los quasi. Okay, da habe ich ein bisschen spät die Aufnahmetaste gedrückt heute. Nein! Ich habe meine Fresse nicht weit genug umgezogen. Oh shit, ich habe den hochgemacht. Ich bin nicht nach oben bewegt mit dem Vorhof. Hätte ich da noch rumgemacht. Weiter geleitet! Ach, jetzt werde mal jemand angewiesen so reinmachen. Huch! Den wollte ich eigentlich Vorwärtsleitung machen und da schön rein tippen. Oh shit! Muss ich kurz Boost klauen, weil der nicht kriegt. Oh nein! Werden wir nicht kommen sehen! Oh ho 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 ho! Oh 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 oh! Bin rumgefahren, konnte den Shot nicht taken. Raus da! Oh fuck! Und sie fahren nicht ins Tor! Die, ich mache den Schussflicker am Tor vorbei und sie fahren nicht im Tor. Sie drehen ab! Guck mal, die wollten das Tor fahren und drehen beide weg. Von raus. Ach, Mann. Jungs, das war nicht nötig gewesen. Den hätte man haben können. Jetzt müssen wir alle angreifen und dabei trotzdem noch irgendwie hinten sauber halten. Oh nein! Wird sagen, die Lust haben wir wohl abverteidigen können. Oh Gott, wir haben den erwischt. Ganz schlecht. Der ist irgendwie nur um mein Dach gerollt. Der ist irgendwie nur um mein Dach gerollt. Ja, der wird auch so treffen da oben. Ah, verdammt. Ach, nö. Scheiß, flache Bälle. Äh, flache Autos, nicht flache Bälle. Ach, wir machen noch höher, als ich fliege. Jungs, nicht verteidigen. Angriff! Nicht hinten stehen! Ach komm, es guckt mir da in der Ecke rum. Gebt Gas! Den habe ich mitgenommen. Ganz bitter. Hab ich den mitgenommen. Ach verdammt. Zu schräg. Zu schräg geboostet. Oh nein, mach ich nicht. Nein, ich habe reingekickt. Ich werde reingekickt. Und er hat mir ja nicht rein. Fahr doch ins Tor und dreh dich um. Anstatt irgendwie vor dem Ball rumzudümpeln. Oh, Mann. Ja, fährt er nicht mehr an. Die ganze Zeit defensiv hinten rumständern und dann wundert man sich, dass man verliert. better den. Verdammt! Mal ein bisschen kurz. Oh wow! Guck mal! Er steht halt wieder hinten am Schatz noch zu versuchen. Der hat halt irgendwie bei einer Minute schon aufgegeben. Das ist kein Reportgrund, aber das ist dumm, was der gespielt hat. Der hat halt einfach keinen Bock zu gewinnen. Das muss ich mir nur keinen Boost mehr. Das muss ich mir andersrum übernehmen. Oh, fuck. Der war ganz nett rausgeholt. Finde ich jetzt noch. Müssen wir selber loben. Er kickt mich halt zur Seite. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, ich bin sicher, ob ich den abgewehrt hätte, wenn der den geschossen hätte in unsere Richtung. Schön gespielt. Hat er dann schön gekontert. Prollerhontas. Da hat er aber keinen Bisch, nur einen Prollerhontas drin. Ach, komm. Ach, komm. Plopp. 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 Wuii. Sick. Warte, play. Er war schön gespielt. Plopp. Was er noch geholt hat, war schon echt stark. Aber er hat ihn halt nicht richtig weggekriegt. Und dann habe ich ihn halt einfach gesehen, habe ich gesehen, dass er in der Mitte steht und habe ihn einfach mal vor das Tor gelegt, damit er ihn reindrehen kann. Aber wir sind wieder alle vorne. Das ist wirklich nicht so cool. Oh. Ich dachte, dass der im Tor nimmt den. Soll die schön reinblocken. Oh, Gott. Oh. Kein Bo-boost. Oh, Gott. Da ist ja noch jemand. Hm. Oh, fuck. Zu schnell. Oh, wir sind alle vorne aus. Keiner aus dem Tor. Keiner aus dem Tor. Nicht gut. Okay. Oh, Gott. Nein. Voller Hontas. Kommt schon. Ja, geht doch. Ausgespielt hoch 10 hier. Die hatten nämlich das Problem, dass die anderen nach dem gleichen Ball immer gesprungen und dann hatten sie keinen beim Tor. Warten einfach reindrücken. Das macht Spaß, mit so einem Team zu spielen. Das stimmt. Da ist der Smiley gerechtfertigt. Auch wenn er einfach ein bisschen am Absnacken ist. Ich bin jetzt gerade gegen, das ist der Smiley-Index. Oh. Das ist der Smiley-Index. Ach ne, schubs mich nicht. Oh, ich bin sogar in die Richtung von unserem Tor so bisschen gelenkt. Der ging vorher in die beste Richtung. Ha, verarscht. Kann ich auch. Oh oh. Na, ist gehalten. Ah, Beutindex kann zumindest fliegen. Ähm, und treffen. Ah, der Senpai ist halt mit mir geflogen. Your best Senpai ist halt mit mir geflogen. Und nicht mehr ansatzweise hochgekommen. Das ist natürlich dumm. Okay, stimmt. Lieber die von hinten fahren lassen. Lieber die von hinten fahren lassen. Bei solchen Winkeln. Oh nein. Fuck. Fuck. Bin ich komplett versprungen. Dass der so hoch springt wieder. Ich hasse es, wenn der auf die Ecke aufkommt, dass der übel nach oben springt. Höher, also vorher war sogar. Ah, man. Hab ich meinen letzten Platz irgendwie ein bisschen verdient. War ich am Anfang stärker. Wenigstens noch einmal 10 Punkte geholt. Ankommen, topper. Tiara. Wie viel Anrankler das hier jetzt gibt bei Rocket League. Boah, ist Rocket League irgendwie ein Angebot oder sowas? Hab ich irgendwas verpasst? So. Letzte Runde. Komm schon, gewinnen. Oh, wenn wieder ein Trollhunters. Oh. Ja. Er geht knapp vorbei. Die quetschen. Mega durch die Kante. Mega durch die Kante haben sie ihn gequetscht. Klau mir halt den Boost. Wofür? Ne. Ne. Hat er jetzt jemand anderes mal nehmen müssen? Ich hab keinen Boost. Ah, verdammt. Coders. Wofür? Sehr schön. Abgewehrt. Oh shit. Sorry. Stand ein toller Hunterstar. Steht ganz am Tor? Steht doch nicht auf ne kurzen Ecke. Wow. Deswegen stellen wir sie in die kurze Ecke, die Kinder. Also, das wäre auch so schwierig, das Gebiet mit 102 kmh, aber da hat man wenigstens ne Chance. Sonst haben wir gar keine Chance. Kinechen. Ach. Wow. Er kommt wieder von der Seite angeflogen, anstatt man die fucking ins Tor zu gehen. Rotation. Sind ich zwei, sind drei. Mann. Mh. Er fährt hinter mich zum Boost holen. Und boost dann, dann würde ich mich drüber fliegen. Das ist doch behindert, Mann. So. Was denn da passiert? Kann ich nicht sagen, was da passiert ist. Nicht ein Punkt. Ich spiele gegen irgendwelche. Ja. Gegen irgendwelche, die viel weiter oben sein müssten. Der Stu und der Mew müssten viel weiter oben sein. Und der spielt ihn halt in meinem Rücken. Bin grad am Wenden. Nix zu machen wie lange Ecke. Aber ich geb ihn nicht auf. Ich möchte das trotzdem das Ende spielen. Wir spielen gar gegen bessere Gegner. Dann gucken wir mal besser werden. Ob wir uns irgendwie daran gewöhnen können, auf dem Level zu spielen. Ich habe wieder keinen Bock oder was? Achso. Fräulein, das. Oh, was sagen. Ich hatte wieder keinen Bock oder was? Ich habe wieder keinen Bock oder was? Der hat halt irgendwie nix hier zu suchen in dem Ranking-Bereich. Ich schreibe einfach nix. Ich schreibe einfach nix. Ich hatte keine Lust, weißt du, denn er hätte mal reinmachen können. Wenn sie halt mitgespielt hätten. Einer war AFK bei denen. Wenn sie mit ein Tor, Anstands-Tor machen. Ach komm, versuchts doch wenigstens. Dieses Rennen rumgedrückt. Ich hab verloren. Ey, ich spiel nicht mehr mit. Meine Fresse. Wie das kein Safe war hier. Er poolschelt mich halt da rein. Nice, yo, go for the ball, hat er doch geschrieben, oder? Naja, der Code Zero geschrieben. Die ist halt super schnell an dem Ball dran, ey. Super, alter Boost mitgenommen. Ah, fuck. Ich hab mir nix gebracht, mein Block. So gar nix. Ist einfach genau weitergeflogen, wie er es haben wollte. Ja, hat nichts verändert. Wie gesagt, der Typ hat hier nix zu suchen. Dieses komplette Pre-Med Team hat hier nix zu suchen. Blub. Blub. Mal ein bisschen Punkte gesammelt. Hätte ich eigentlich noch reinmachen müssen, aber naja. Wie gesagt, die beiden haben nix zu suchen. Die haben gerade den Kivalda sowas und durchgecarried. Der hat nix damit zu tun gehabt. Wenn du die Punkte anguckst, ja. Der Stu gehört auch nicht in Challenger ein. Nie und nimmer. Also ich hätte mit Apps nicht drunter gespielt oder keine Ahnung. Na gut, was soll's. Danke fürs Zuschauen heute. Waren zwar nicht so gute Runden, aber ich denke, also eigentlich hat es Spaß gemacht zu spielen. Nur wieder ein bisschen weini, äh, Mitspieler gehabt. Was sonst? Bis morgen. Bis morgen. Das war ein bisschen.